eine bessere tarnung wüste ok olivgrün und sich prozent das ist schon mal ein telling vielleicht töte ich dann wenn das alarm vorbei ist oder wir sind so klug und legen meine kämmer aus was kann ich theoretisch machen und töten auf allem gut ist so ich glaube der schläft nicht mehr nein hallo ich hab dir in den kopf geschossen du mich jetzt verarschen ernsthaft tschüss es 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 Was ist das? Ich habe verdammt oft inzwischen das scheiß Alarm ausgelöst, was ich eigentlich gar nicht will. Was ist falsch? 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 Willst du mich jetzt verarschen? Hat er echt alles gefressen? Was ist falsch? Ist der Gegner schon weggepackt oder was ist sie los? Was ist falsch? Was ist falsch? Was ist falsch? Was ist falsch? Ups, ich verhoff' es ist irgendeinen komischen Professor getötet. Ja. Medizin. Medizin ist immer gut. Yes. Ah, zu verstecken. Aber es kann auch gut drin sein. Sehr schön, dass man die hier wieder aufräumen kann. Ok. Ja, Krummel. Dann futtern wir was. Grüne Baumpython. Was ist richtig? Ok. 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 Ah! Jetzt sind wir hier in der Lobby. Da ist der seitliche Eingang. Ups. Verdammt. Keine Energie mehr. Jetzt müssen wir unsere Tarnung verbessern. Oh Gott. Oh je. Gar nichts ist gut hier. Da ist nackt rumlaufen sogar noch besser. Nein. Regentropfen? Schnee? Ernsthaft? So wie an den weißen Hintergründen. Tja. Okay. 25% nehme ich lieber als Stadt für gar keine. Gar kein nichts. Okay. Okay. Was ist wrong? Er, du hast... Auf der Mauer, auf der Mauer So, der kommt garantiert hier lang Dann stehe ich bereit Schauen, gucken wir den mal Mk22 Position Das ist doch mal cool, ne? Niemand mehr da, um meine Ware anzunehmen Ware in Form von Pfeilenkugeln oder sonst irgendwas Können wir das aufschalten Ach, da oben Das ist nicht ganz so gut, ne? Okay, ja Okay, können wir nur noch in den Keller gehen, da ist Okay Blöde Frage, aber Wollen wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir Labor-Kittel anlegen Ja, Bemalung sollten wir keine tragen Kann ja nicht normal laufen Hi Ich wollte hier nur kurz looten Zigarrenspray Als Zigarre getarnte Gaspistole, die den Gegner betreut Oh Ja Ja Nehmen wir doch gerne Also Die Tarnung funktioniert anscheinend Finde ich cool Okay Als Waffe, okay Ja, die bringen uns von und dran nicht Wir haben kein offenes Gelände Richten Mikrofon Aber wo geht Ah, da Zigarrengas Schön Achso, okay Aber es ist sogar gar nicht mehr nötig, sie zu benutzen Ich will die nicht anrempeln Wer weiß, was passiert K.O. Taschen, du Ah, für die Ah, für die Anruf Okay Kontakt Sokolov Later After you've disengaged The enemy Once things have stabilized Try it again Got it Ah Okay Hier geht's mit der Story weiter Das wollen wir ja noch gar nicht Das wollen wir doch noch gar nicht Oh, okay Okay In den Bereich kommen wir gar nicht Okay Ja, sieht doch ganz zu weit ganz gut aus Ähm, ja Wir müssen woanders hin Das ist Wir müssen doch das andere Zeug looten Das können wir jetzt nicht so ungelootet lassen Das können wir jetzt nicht so gut looten lassen Das Die Scheiße aus dem Wir müssen jetzt auslupen Das können wir jetzt nicht so stehen lassen Meine Freunde, oder? Nein Oh, das ist echt fette Zocker Ich weiß So Hier gibt es keinen noch Raum Entschuldigung Ich weiß nicht, wie wir gerne mit Bandana irgendwie verdächtigen Keine Ahnung Das DMK2 Sieht gut aus Das haben wir echt viel verbraucht Da ist kein Loot Da ist kein Loot Da ist Loot Das kann man nicht benutzen Okay Okay Ich muss irgendwie nicht auf Ich muss nur kurz meine Tarnung abwägen Da ist ja gerade momentan egal Ich will nur mal kurz auf die Tür schießen Jetzt kann ich dann wieder als Wissenschaftler rumrennen Und nur schauen, ob die Tür irgendeine Chance hat Irgendwie aufzugehen Aber so Nein, also ich war es nicht Der war schon so, als ich da war Ich habe versucht, ihn aufzuwecken Aber Irgendwie Keine Ahnung Steht halt einfach nicht auf Kann nichts machen Irgendwie AK47 Minuten jetzt bauen Gut Okay Oh, außerhalb der Mauern Okay Wie geht denn das Ah Ohne Form Schokotips Okay Na, wenn man drauf steht So Schokotips Auf sich drauf zu kleben Ach, das hieß nicht Zehn Sondern Erstes Obergeschoss Darauf muss man erstmal kommen Zur Erklärung Für die Briten Gibt es kein Erdgeschoss Ähm Für die gibt es immer nur Erstes Obergeschoss Zweites Obergeschoss Und dann natürlich Erstes Untergeschoss Und so Deswegen Ähm Ja Wurde ich etwas So wird Nudeln Sehr made Und nochmal Nudeln Tja Den Gehangen Loot Cave Hab ich jetzt hier nicht entdeckt Oh, okay Ein Buch Ja Ein Buch zur Abwählendenkung Das ist natürlich ein Buch Das, äh Ja Besondere Seiten zeigt Von gewissen Weiblichen Personen Und deswegen Besonders beliebt ist Bei den Männlichen Wachen Deswegen Okay Gut Dann würde ich sagen Ab in den Untergeschoss Wir sind jetzt halt nicht West Sondern Ost Nehme ich jetzt mal an So einwendiger Wir sind schon So So